Sie sind hier, 12. August 2018, 22.28 Uhr, von Sportinformationsdienst, Lesedauer, zwei Minuten vergrößern verkleinern Martin Kalmer beendete die PGA Championship mit einer paar Runde Urheberrecht Getty Images Martin Kalmer erleidet auf der letzten Runde der PGA Championship einen kleinen Rückschlag. Nach einer paar Runde wird er sich nicht weiter nach vorne verbessern. Martin Kalmer hat bei der 100. PGA Championship am Schluss stark seine aufsteigende Form der letzten zwei Tage nicht konservieren können. Auf dem Paar-70 Kurs in St. Louis, Missouri spielte der 33-Jährige aus Mettmann am Sonntag eine Runde auf Platzstandard. Mit 277 Schlägen insgesamt drei, unter paar konnte Kalmer, von Rang 36 auf die letzten 18 Löcher gestartet, sich nicht weiter verbessern. Der ehemalige Weltranglistenerste fand sich zunächst um Rang 40 im Klassement wieder, die Sieganwärter gingen da gerade erst auf ihre Runden. Als Führender des mit rund 11 Millionen US-Dollar, ca. 9,63 Millionen Euro dotierten Major Turniers King US Open Sieger Brooks Köpker USA mit insgesamt 12 Schlägen unter Paar nach drei Runden in den Entscheidungsstark von Sportinformationsdienst. Untertitelung des ZDF für funk, 2017